Warte mal, bitte, ich bin zusammen, komm, schlafen, stehen und die Hände ganz dicht an die Oberschenkel, schlafen, stehen, spann deinen Körper stahlhart und auch deine Hände zu Fäusten. Jeder Muskel eines Körpers wird hart wie ein Zentner stahl, jeder Muskel eines Körpers wird hart wie ein Zentner stahl, du bist immer härter und härter. Deine Arme werden hart, deine Schultern werden hart, dein ganzer Rücken wird stahlhart, deine Hüften werden stahlhart, deine Füße werden stahlhart, andere deine Füße. Deine Beine werden stahlhart, alles wird stahlhart und du bleibst ganz gerade stehen, ganz gerade bleibst du stehen. Du wirst so hart, dass ein Panzer über dich hier rüberrollen kann, du wirst so hart, dass ein Panzer über dich hier rüberrollen kann, du wirst so hart, dass ein Panzer über dich hier rüberrollen kann. Was machst du denn? So, weil der steht doch da. Du wirst so hart, dass ein Panzer über dich hier rüberrollen kann, immer härter und härter wird dein ganzer Körper. Immer härter. Du stehst erstmal auf dem Schlaf. Schlaf, schön. Schön Heierabend. Steh auf dem Schlaf. So. Steh auf dem Schlaf. Komm. Ich weiß. Guts. Steh gerade. Ganz gerade. Machst Musik ein bisschen auf. Und zu der Musik drehst du schön die Hüften, die Hüfte und du bleibst ganz gerade stehen. Du legst deine Hände jetzt in die Hüfte. Drehst du dein Handy in die Hüfte und machst einen geilen Bauch. Das ist ein bisschen. Zumba auf Kloppenburg. Kloppenburgerisch mein ich. Du fühlst ganz toll. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Jetzt stellt er sich da noch drauf. Ja, das Gitarro geht da drauf. Du hast doch schon eine Freundin heute. Ich bin durchgebrochen. Irgendwo ist Bescheid. Ich bin, ich meine, was ist Buch? Und der steht da und macht mich. Stimmt. Das Gesicht dabei. Ich muss auch.